Ich habe gedacht, dass er noch mehr von dem Boden drückt und es sind wahrscheinlich auch da drin. Ja, ja. Wow! Juppidu! Und weisst du, wer hat dir die Besorgen getan? Nein. Die in die Schweiz geschickt? Nein. Die liebe Beth. Wie hat sie dir gekauft? Ja, ich habe sie gekauft, aber sie hat sie in die Schweiz geschickt. Ja, aber wo hast du sie denn gekauft? Beim Dick. Dick's Sporting Goods. Jetzt kannst du dir gleich zu Beth noch etwas sagen. Thank you. Very? Very much.